Bayern München will bereits im Halbfinal Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid einen großen Schritt Richtung Finale machen. Nach der 2 zu 0 Generalprobe in der Bundesliga bei Hertha BSC wartet mit dem spanischen Tabellenzweiten jedoch ein ganz anderes Kaliber. Wer im Halbfinale steht, wer Barcelona im Viertelfinale ausgeschaltet hat, der hat Qualität und der verdient größten Respekt vor Bayern München. Den haben wir, aber trotzdem glaube ich, ist es so eine Partie, die würde ich als 50-50-Shows bezeichnen. Und es gibt jetzt zwei Spiele, die wir mal da abwarten sollen. Wir werden alles versuchen, wie gesagt, dass wir eben dann hoffentlich nach Mailand dürfen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Atletico mit Trainer Diego Simeone befindet sich in herausragender Form. In der Liga liegt man gleich auf mit Barcelona und hat den Titel vor Augen. Das Vertrauen in die eigene Stärke ist groß. Entsprechend selbstbewusst formulieren die Spieler ihre Ziele. Bayern hat eine beeindruckende Geschichte und eine Menge Titel gewonnen. Wir gehen aber in das Match, um es zu gewinnen und ins Finale einzuziehen. Auf den FC Bayern wartet im Estadio Vicente Calderon mit Atletico Madrid ein extrem unangenehmer Gegner. Doch auf genau diese Spiele hat das Team von Trainer Pep Guardiola die ganze Saison gewartet.